Stellt euch mal vor, ihr könntet Nintendo 3DS Spiele auf eurem Fernseher spielen. Wie das funktioniert, nämlich mit der Wii U, was ihr dafür tun müsst, das zeige ich euch jetzt im Video. Habt ihr eine Homebrew-fähige Wii U und einen Homebrew-fähigen 3DS, dann braucht ihr im Endeffekt nichts mehr zu tun, als euch auf eure Wii U das Programm NTRView zu ziehen. Das seht ihr hier ganz oben, ntrview.rpx. Liegt die Datei auf eurer SD-Karte, wo auch alle anderen Wii U-Apps liegen, die ihr hier gerade im Homebrew-Channel von mir seht, dann könnt ihr diese mit einem Fingertipp, ich zeige es euch hier mal, könnt ihr die mit einem Fingertipp starten und sobald die gestartet ist, da hinten seht ihr übrigens mein PC, dann switcht das Ganze in der Regel zu eurem Nintendo 3DS und ihr seht, hier ist Metroid Samus Returns. Und ich kann mit dem Gamepad jetzt einfach ganz normal durch mein Nintendo 3DS Menü steuern und hier allerlei Spiele auswählen, die ich spielen möchte. Und möchte ich zum Beispiel Super Mario 3D Land spielen, dann wähle ich das auf meinem Gamepad aus und das Spiel startet. Und schon sind wir drin und ihr seht hier, ich kann auch hier ganz normal mit dem Gamepad spielen, kann in die erste Welt reingehen und zum Beispiel das erste Level starten. Man sieht natürlich jetzt auf dem Gamepad nicht viel, denn auf dem Gamepad wird eben der untere 3DS Screen dargestellt. Hier seht ihr, hier habe ich noch ein Bonus-Item. Die ganze Schose, der ganze Spaß wird ja auf dem Fernseher dann dargestellt, weil auf dem Fernseher wird im Endeffekt der obere 3DS Screen übertragen. Und ich kann das alles dann ganz normal mit dem Gamepad steuern und zum Beispiel, wenn ich jetzt YouTuber wäre, der ich dann mal bin und zum Beispiel ein Video zu einem bestimmten 3DS Spiel machen möchte, dann kann ich das somit extrem gut capturen, ohne dabei mir irgendwie Gedanken zu machen, wo kriege ich denn Gameplay zu dem Spiel her, über das ich reden möchte. Wie funktioniert das, werdet ihr euch wahrscheinlich fragen. Und wenn ich jetzt hier mal kurz pausieren darf, ich zeige euch das einfach mal. Und das wird über eure eigene LAN- oder WLAN-Verbindung von eurem Nintendo 3DS gestreamt. Bedeutet, wenn ich also hier jetzt loslasse, also sprich wieder ins Spiel gehe und Mario hier quasi bewege, dann geht erstmal natürlich nicht viel, weil ich ein kleines Programm im Hintergrund laufen habe. Das nennt sich Input Redirection. Und Input Redirection bedeutet, dass eben durch das Programm Luma 3DS die Steuerung vom 3DS auf das Wii U Gamepad gelegt wird und ich dann so mit Mario steuern kann. Sehr intuitiv, es kommt natürlich alles auf eure eigene Verbindung an. Man sagt, oder die ersten, die das getestet haben, sagen, dass der ganze Spaß mit einem LAN-Adapter an der Wii U deutlich besser funktioniert, deutlich flüssiger, denn dem einen oder anderen wird jetzt eventuell ein kleiner Lag auffallen. Das liegt aber einzig und allein daran, dass ich das Programm momentan über mein WLAN-Netzwerk betreibe und im Endeffekt das Programm an sich auch noch im Alpha-Stadium steckt. Also NTR View ist ein ganz, ganz frisches Programm, ein ganz, ganz frisches Homebrew, eine ganz, ganz frische Homebrew-App und ist noch nicht mal in der Beta, also sehr, sehr frisch alles. Aber dafür, dass es, wie gesagt, so jung ist, kann das Ding schon wirklich sehr viel. Und das finde ich persönlich richtig, richtig cool. Ihr braucht natürlich neben der RPX-Datei, die dann auf eurer SD-Karte schlummert in eurer Wii U, noch ein bisschen mehr, denn die Wii U muss, wie schon gesagt, einmal Homebrew-fähig sein. Das ist etwas, was ich euch leider in keinem Video zeigen kann. Da müsst ihr dann selber euch mal ein bisschen im Internet schlau machen. Aber Google und YouTube bieten da in der Regel recht viele Tutorials für. Und euer 3DS, 3DS XL oder New 3DS sollte natürlich auch Homebrew-fähig sein. Meiner hat zum Beispiel das System Luma 3DS drauf. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr eigentlich schon loslegen. Natürlich, wichtig vielleicht zu wissen, ihr braucht, um diese Querverbindung darstellen zu können, um überhaupt auch den Bildschirm des 3DS streamen zu können, die App NTR. Die ist einfach nur dazu gedacht, um beispielsweise mit Snickers Stream einem Programm euren 3DS auch auf dem PC streamen zu können. Und ja, über NTR-View geht das nun eben auch über die heimische Wii U. Ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung einen Link zu GitHub. Da kriegt ihr NTR-View. Das packt ihr, wie gesagt, einfach ganz normal auf die Roots eurer SD-Karte. Genauer gesagt in den Ordner Apps der Wii U. Und dann könnt ihr auch schon loslegen. Einzig, was ihr noch tun müsst, ist eine INI-Dateistramme, eine Config-File quasi. Aber das erleichtere ich euch. Ich packe euch einfach mal in die Videobeschreibung meine eigene Config-File. Die könnt ihr euch herunterladen, die lade ich euch hoch. Und dann, wie gesagt, die RPX-Datei mit der Config-File, mit der INI-Datei in den Ordner packen. Und dann könnt ihr direkt loslegen. Wenn ihr natürlich noch keinen Homebrew-fähigen 3DS und keine Homebrew-fähige Wii U habt, dann ist das alles ein bisschen tricky. Das müsst ihr dann natürlich vorher machen. Aber wenn ihr dieses Video guckt, dann habt ihr da entweder Interesse und macht es oder habt eure Systeme schon gemondert. Dann ist das alles nämlich ein leichtes. Ja, wollte ich euch nur mal zeigen, das ist jetzt kein Tutorial oder so. Dafür habe ich jetzt A, nicht die Zeit leider, um euch das so ausführlich zu erklären. Und B, ist das Programm einfach in einem sehr, sehr früh im Stadion. Deshalb möchte ich da selber noch ein bisschen mit abwarten und gucken, ob es vielleicht in der Beta-Phase ein bisschen stabiler läuft. Und ich überlege mir auch, eventuell für den Zweck auch einen LAN-Adapter zu kaufen für die Wii U. Und sollte ich den einmal haben und dann auch sehen, dass die Verbindung natürlich stabiler läuft, dann würde ich mir das mit einem reinen Tutorial auch nochmal überlegen. Also seht es mir nach. Das ist also jetzt quasi einfach nur so ein kleines Showcase-Video, so eine kleine Preview. Und wenn ihr da wirklich mehr Interesse habt und ein bisschen tiefer mit mir einsteigen wollt, dann sagt mir das gerne in den Kommentaren und ich gucke, was ich für euch tun kann. Jetzt erstmal soll es das gewesen sein. Wie gesagt, alle wichtigen Links zu GitHub und zu meiner eigenen Config-Datei findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann gebt mir gerne ein Like oder ein Abo, denn dann wird sichergestellt, dass ich euch auch in Zukunft weiter mit Videos bedienen kann. Übrigens, ganz cooles Feature. Der Programmierer hat jetzt jüngst, nämlich gestern erst, auch den rechten Analog-Stick quasi gemappt. Man kann jetzt also, wenn man ein Spiel spielt, was nur für den Nintendo New 3DS zum Beispiel programmiert wurde, wie ein Hyrule Warriors oder Xenoblade Chronicles, dann kann man da auch im Endeffekt den rechten C-Stick benutzen, um beispielsweise die Kamera zu bedienen. Finde ich richtig cool. Habe ich euch in dem Fall jetzt aber nicht gezeigt. Ich habe ja hier Mario angemacht und das war eins der eher früheren 3DS-Spiele. So, das war es in erster Linie von mir. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Freude machen konnte mit dem Video, denn das Interesse war ja richtig groß. Ihr seht übrigens auch, Touch funktioniert. Zack, habe ich das Blatt rausgeholt. Und ja, so lassen sich dann 3DS-Spiele auch richtig gut spielen. Ich bin eh ein Freund davon, Spiele auf dem Fernseher zu genießen, auch bei Handhelds. Deshalb liebe ich ja die Switch so. Und das jetzt über den 3DS zu machen, finde ich persönlich richtig, richtig cool. Naja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss. Euer Andi.